Nach der Woche, ich bin der Wahnsinn, so weit bin ich jetzt schon gekommen. Ich fahre hier wie in Öre durch die Gegend, alles. Ich mache mich jetzt ein Vollprogramm. Ich muss mal vorwarten, mach's gut. Ach gut, ja. Schick das Video irgendwann mal. Wo fahr ich hin? Ja nach Hause. Du musst eh in den Knast, Markus. Ja, was? Du rennst in den Sturzenstück und versteckst den Stoff in den Arsch. Halt an. Markus, halt an. Markus, sie hat Angst, du ist Angst. Ja, ja, ja. Markus, du sollst jetzt anhalten und entdecken. Ja, Mann, halt's Maul. Versteck den Stoff. Ey, halt das nicht vorstecken. Ey, du wolltest extra nach Hause wegen des Autos. Mach ich doch jetzt so. Maxi, wirst du nicht los? Ist mir klar, aber sag mal, Mann. Anhalten und losen. Stoff verstecken, wiederkommen. Was darf ich denn, bitte? Markus, wie machst du Kittenbaum? Halt's Maul! Markus, das kannst du nicht bringen mehr. Halt deine Fresse halt. Ui, Mann. Hast du das, oder? Markus. Halt's Maul! Ich will nach Hause! Wo brauchst du eben? Ich will, dass meine Mutter sich verpisst, Mann. Hast du das noch, Mann? Mann. Ja, pfff. Ich muss doch nicht umgekommen. Hast du was? Machen sie auch. Pass auf. Nein, die haben sie da vorne ein bisschen abgebogen. Schuss mal, schuss mal. Voll nicht gut. Woher liegen hin, Mann? Ich muss abhauen. Die dürfen nicht kaschen machen. Naja. Woher müssen wir jetzt raus? Na ja, klar nach Hause. Na ja, klar nach Hause. Der schließt sich ein und steckt seinen Stoff in den Po. Na ja, bleib einfach stehen. Ich halte um die Schnauze! Mann! Naja. 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 Pass auf, den noch.... O. Naja. Bähig! Der fährt weiter höher! Der fährt Langsam, er ist auch gar nicht. Der wollte es sein Auto und nach Hause bringen. Ja, der wollte nur sein Außen und Außen bringen. Der geht jetzt in... Ja, und ich kann da nichts führen, das ist abgehauen wegen seinem Haft hier. Ausweis oder irgendwas dabei? Ja, ja. Ich hab ja so gut wie es ging, aber dass er langsam wäre. Ja, Sie haben ja keine Bremse umsehen, halt. Keine Bremse auf Ihrer Seite. Nein, na ja. Ja, jetzt noch ein bisschen Schüsse nehmen. Ausweis oder irgendwas dabei? Ja, der wollte nur sein Außen und Außen bringen. Das schon mal wegpacken. Was denn du? Ja, ja, ja. Ich wollte da meinen Dings holen. Naja, ich wollte doch jetzt nicht weg. Ganz runterstellen und... Ich wollte doch jetzt nicht weg. Ich bin so ekel, sowieso nicht. Ich kann nichts dafür, auf wem erhebt ja im Video.